...getragen und mit Unterstützung des Konfektionsinstituts Nürnberg erlangen, organisiert. Die Gewinne des Wettbewerbs in Deutschland werden nach China zum großen Finale eingeladen, dessen Siege mit Preisen und Sprachstipendien ausgezeichnet werden. Wir wünschen allen Teilnehmern beim Wettbewerb viel Erfolg. Vielen Dank. Auch deutsche Schüler haben sich im vergangenen 2014 beim Finale in China besonders gut abgeschnitten. Sie haben nicht nur bei der Gruppe Europa den ersten Platz gewonnen, sondern auch die allerletzte Meisterschaft geholt. Mein Name ist Wolfgang Eckert und ich leite den Bildungscampus der Stadt Nürnberg. Ich muss es vielleicht kurz erklären, was diese Einrichtung ist. Ich fange vielleicht damit an, hier wird auch Chinesisch gelernt in diesem Haus. Zwar nur bis B1, B2 Niveau, aber immerhin. Viele finden auch bei uns einen Zugang nicht nur zur Sprache, sondern damit natürlich auch zur Kultur, zur Welt. Die FAU unterstützt ihre Studierenden dabei nicht nur ihre akademischen Fortschritte zu verfolgen, sondern auch die sprachliche Aus- und Weiterbildung und den Erwerb von Fremdsprachen als, wie wir sagen, Schlüsselqualifikation. Vielen Dank. 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 ... Das ist ein Schmuck, das ist ein Schmuck. Ich habe keinen Nachmittag mehr als Nachmittag. Ich habe sehr viele, mit den Menschen mit den Kindern gesehen. Für mich, dass ich viele kleine Töne von Knochen bin. Für mich, dass ich viele kleine Töne bin. Für mich, dass ich viele kleine Töne bin. Ich habe diese Zeit im Nachmittag nicht gesagt, dass ich keine Nachmittag. Ich habe auch keine Nachmittag. Ich weiß nicht, wie ein Kind ist, wie ein Kind ist. Ich weiß nicht, wie ein Kind ist, wie ein Kind ist. Ich weiß nicht, wie ein Kind ist, wie ein Kind ist. Ich weiß nicht, wie ein Kind ist, wie ein Kind ist. Ich weiß nicht, wie ein Kind ist, wie ein Kind ist. Ich weiß nicht, wie ein Kind ist. Ich weiß nicht, wie ein Kind ist, wie ein Kind ist. Ich weiß nicht, 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 wie ein Kind ist, wie ein Kind ist. Ich weiß nicht, wie ein Kind ist. Ich weiß nicht, wie ein Kind ist. Vielen Dank für's Zuschauen.